Wollt ihr nicht schon jeder einen eigenen Ender-Drachen fliegen? Hey, hey, hallo Leute und willkommen hier zu diesem Video. Eine Mod-Review, ich wollte einfach mal machen. Und zwar ist das ein richtig, richtig mega geiler Mod. Und zwar kann man mit diesem Mod eigene Drachen besitzen und fliegen. So, dann legen wir einfach los und setzen mal hier die Eier. Ihr seht, ihr braucht die ganz normalen Ender-Eier, die ihr im End bekommt. Das heißt, solltet ihr im Game Mode 0 spielen, müsst ihr natürlich ins End gehen und euch dort so ein Ei besorgen. Normalerweise kann man die Eier in verschiedenen Regionen spawnen. Dann werden die halt zum Wasser-Drachen, zum Luft-Drachen und so weiter und so fort. Aber wie ihr seht, das funktioniert bei mir gerade leider nicht. Ihr müsst also bei euch mal ein bisschen gucken auf jeden Fall. Vorhin hat es noch funktioniert. Meine Freunde sitzt neben mir. Ihr könnt besorgen, das blaue Ei, was ich dann zerstört habe, damit es nicht eine Aufnahme ist. Normalerweise, wenn man es ins Wasser setzt, kommt dann so ein Wasser-Drache. Und ja, es klappt immer leider nicht. Aber wie so ein Ei schlüpft, das seht ihr jetzt gerade nebenbei. Wenn dieses Ei geschlüpft ist, dann kommt ein Baby. Baby-Drache raus, ihr habt es ja gesehen. Und dann wird es zu diesem Drachen. Wir können dann noch einmal ganz kurz hier, wir gehen einfach nochmal hin, machen einmal den hier. Moment, ich habe nämlich mit der Kamera das aufgenommen, Leute. Machen wir mal Hatching. So sieht dann das kleine Drache aus. Weeeee! Und noch ist er nicht mein Freund. Und ich kann den natürlich dann groß machen mit Adult und zack, wir haben ihn groß. Wenn ihr den zählen wollt, braucht ihr Fisch. Dann kommt nämlich Herzen. Wenn der Herzen zeigt, dann gehört er euch. Er folgt euch, seht ihr das, Leute? Er folgt euch. Und ihr könnt mit dem Knochen, könnt ihr ihn dann zum Sitzen bringen, ihn einen Sattel aufsetzen und euch selber draufsetzen. Und das Allergeilste ist, Leute, ihr könnt einfach, ich mache mal den Shatter dafür aus. Denn wir wollen das ja so ruckelfrei wie möglich sehen. Und zwar, wenn ihr guckt, ich kann mit dem fliegen. Moment, zack, zack, zack. Na. Wir müssen ihn da jetzt mal aufstehen lassen. Und dann setzen wir es nochmal drauf. Und jetzt guckt auf, das, war das nicht mit R? Genau, mit R, genau, stimmt. Mit R geht man nach oben und mit F geht man nach unten. Und so könnt ihr mit dem Drachen fliegen, Leute. Und guckt, ah, seht ihr das? Seht ihr das da unten? Den blauen Drachen, habt ihr das gesehen, Leute? Ich gehe mal runter. Guck mal, hier, das meine ich, das ist ein Wasserdrache. Also das ist doch geklappt, dann wurde die Textur nicht angezeigt. Das ist ein Wasserdrache, Leute. So sieht der aus. Ich habe den hier ganz unten gespawnt. Mega nice. Und wo ist meine Drache? Meine Drache ist da. Was nämlich auch noch funktionieren sollte ist... Oh, Moment, wir müssen nach oben. Drache, komm. Komm, Drache. So, jetzt haben wir es. Was nämlich auch noch funktionieren sollte wäre... Ich versuche es einfach mal. Game Mode 0. So, wir sind im Game Mode 0. Wir fliegen jetzt nach oben. Ich muss nicht E drücken, sondern R. Wir fliegen jetzt ganz nach oben. Was nämlich eigentlich normalerweise auch passieren sollte, ist, dass wenn ihr runterfallen sollt, das kann ja mal am Boot passieren, dass man ja auszusehen aussteigt. Und so ist das Gleiche hier. Man drückt einfach Shift und steigt aus. Was aber auf jeden Fall mega nice ist, auf jeden Fall, dass der Drache euch eigentlich auffängt. So sollte es normalerweise sein. Wir fliegen noch ein bisschen hoch, auf jeden Fall. So, und jetzt drücke ich Shift und falle. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Ich fliege jetzt mal mit ihm geradeaus ein Stück. Drücke Shift. Und jetzt? Na, jetzt ist er nicht schnell genug. Aber normalerweise fängt er nicht auf. Eben habt ihr das gesehen. Wenn ihr da irgendwie steht, dann fängt er euch auf und kommt natürlich euch hinterher, um euch zu holen. Was ebenfalls passieren sollte, ist... Moment, er soll einfach mal runterkommen. Komm her, Piki! Ja! Guck mal, wie das einfach imposant aussieht. Wie geil das einfach aussieht, wenn der einfach runterfliegt. Es ist einfach mega awesome. Was auch noch richtig cool ist, wenn ich jetzt... Slash Time... Time Set Night mache. Und jetzt gleich die Monster kommen. Sollte er eigentlich normalerweise, wenn jetzt ein Zombie kommt... Wir können uns kurz mal ein Zombie cheaten. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. So, wir müssen mal fünf Zombies machen uns in den Game of Null wieder. Zack! Und sollten wir jetzt einen Zombie spawnen, und der uns jetzt angreifen kommt. Hallo! Geht der Drache hin. Und wie ihr seht, er tötet den Zombie. Das heißt, ihr habt wirklich einen guten, guten Freund, der euch hilft, womit ihr dann immer rumfliegen könnt. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwann mal bei Zeiten einen Dimensionsmod vorstelle, wo es vielleicht so fliegende Inseln oder so sind, könnt ihr diesen Drachen benutzen, um hochzukriegen. Hier, pass auf, zack, und er haut mich. Und zack, 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 der Zombie ist tot. Das heißt, ihr habt, wie gesagt, wirklich einen guten Freund, mit dem ihr rumlaufen könnt, der euch folgt. Ihr könnt ihn auch hinsetzen, wie gesagt, mit dem Knochen. Es ist mega geil auf jeden Fall. Es gibt halt wirklich, richtig viele, viele Möglichkeiten, was ihr mit diesem Drache machen könnt. Und das allergeilste ist halt wirklich dieses, ich drück immer E, anstatt einfach rechts klicken, so rechts, nein, oh, nicht mit dem Knochen. Und zwar, und dann einfach dieses R drücken. Das ist einfach mega geil. Und ihr könnt hier oben rumfliegen. Guckt euch das an, wie geil das einfach ist. Ihr fliegt hier rum, fliegt über die Map. Wenn ihr zum Beispiel einfach irgendwo schon hin wollt, sagen wir zum Beispiel, ihr baut da hinten, baut ihr ein Haus, und hier braucht ihr eine große Burg. Dann fliegt ihr, jetzt leckt es natürlich, das ist, wenn die Chunks geladen werden. Also das ist ganz normal, Leute, wenn ihr die Chunks ladet, die noch nicht geladen sind. Stockt das ein bisschen. Also wenn ihr das schon einmal geflogen seid, funktioniert das auch wie bei allen, weil man sieht es ja hier, ich bin ja schon über die Insel geflogen, ich habe hier keine Probleme, die ihr mitbekommen. Und der Hals, guck mal hier, der bewegt sich mit. Es ist mega nice. So, das war auf jeden Fall der Mod. Der Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Mod ist für die 1.8, ich glaube aber sogar für die 1.7er Version zur Verfügung gestellt. Und natürlich für Forge. Das sollte also richtig leicht sein. Und wie gesagt, der Link in der Videobeschreibung zum Modpack, oder zum Modpack, zum Mod, wo ihr euch den downloaden könnt. Habt ihr das gesehen hier? Und, ah, jetzt hat das nicht hingekriegt. Aber, okay, das ist nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben geben. Das war es jetzt. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch Spaß. Auf Wiedergeschauen und viel Spaß mit diesem geilen Mod.